so ein herzliches willkommen zurück zu einem kleinen video ja erstmal tut es mir leid dass ich seit tagen nicht mehr ein video hochgeladen habe außer dieses unboxing von nitro zeus auf jeden fall bin ich gerade dabei am schnall dieses video zu schneiden und es hochzuladen da ich aber im moment keine nicht so viel zeit habe ist es schwierig es rechtzeitig hochzuladen ich wollte es heute hochladen hat aber leider nicht geklappt morgen schaffe ich das wahrscheinlich auch nicht das heißt entweder in der nächsten woche wir haben ja ferien deshalb schaffe ich das vielleicht ich guck mal dass ich mal am montag oder morgen früh vielleicht schaffe ich ja noch morgen früh das video zu schneiden und vielleicht auch hochzuladen ansonsten am montag aber ja nur mal so eine kleine info ich bin aber noch da keine sorge ja was ist auch schon von mir sehen uns dann im nächsten video bis dahin